Ladies and Gentlemen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 19 Karriere. Wir sind wieder da und ich muss mich ein bisschen entschuldigen für die letzten drei Folgen, die waren etwas... Ja, wie soll ich sagen, ich war etwas... Ich war vielleicht minimalst ein wenig angepisst. Ja, also wirklich nur so ein bisschen, aber keine Ahnung, irgendwie hab ich das Spiel abgefuckt. Aber jetzt ist ein neuer Tag. Ich mach eine neue Session und mal gucken, ob das jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Ich würde auch gerne nochmal bei Icardi probieren, ne? Also das wäre jetzt schon schön, wenn wir den vielleicht irgendwie kriegen könnten. Jetzt muss ich nochmal gucken. Kaufdelegieren, pass mal auf. Wir würden gerne ein Angebot machen. Alter, 129 Mill ist natürlich schon eine Ansage, ne? Also ich würde da schon gerne ein bisschen runtergehen. Maximal, wirklich maximal 110. Mehr nicht. Absolut nicht mehr. So, gehen wir mal auf weiter. Wir gucken einfach mal, wie das läuft. Ja, ob wir das hinkriegen. Ich weiß es nicht, aber auch 129 Mill ist halt schon übel. Ich meine, am Ende ist er halt dann doch schon 25. Das darf man nicht vergessen. Naja, mal gucken. Wir spielen jetzt gegen Newcastle. Ja, mal gucken. Nationaltrainer auf Härte will ich nicht. Da können wir hier direkt ablehnen machen. Da hab ich keinen Bock drauf. Gute Arbeit. Machen wir uns jetzt das Ziel erreichen und dafür möchten wir Ihnen danken. Wir hatten uns das Ziel verdrückt von mindestens zwei. Oder sie hätten wir das nicht geschafft. Cool. Wenigstens ein Ziel, das wir bis hierhin erreicht haben. Schön. Sie könnten fünf Spieler verlieren. Milner, Moreno, Sturridge, Origi und Markovic. Okay, okay. Also ich würde gerne Sturridge auf jeden Fall noch behalten. Ich weiß, in den Kommentaren sind einige gewesen, die gesagt haben, der ist jetzt nicht so geil. Aber ich persönlich, ich finde... Ach, guck mal hier, der ist an der Alan. Alan. Ist ausgeladen, die Eintracht. Juhu. Ich würde trotzdem... Also ich persönlich jetzt würde Origi trotzdem gerne behalten. Ach, Origi sag ich schon. Hier, wo ist er? Sturridge. Angebot blocken, Taktivvorlage, Vertragsverhandlungen. Verlängerung delegieren. Genau. Joa, mach einfach mal. Rotation, drei Jahre, Freikabersumme 170. Joa, komm. Das liest sich doch gut. Das liest sich doch gut. Und bei den anderen müssen wir halt mal gucken. Moreno. Ja, guck, wobei Moreno. Warte mal, Moreno würde ich aber trotzdem auch gerne halten. Boah, wir haben aber auch einen riesigen Kader, ne? Boah, das ist schon übel. Das ist schon heftig. Wir haben einen ordentlich großen Kader, aber wir bräuchten halt schon den Backup auf der Linksverteidiger-Geschichte. Wir machen mal hier delegieren und... Ja, komm, 110 ist doch super. Perfekt. So machen wir das einfach. Wie gesagt, wir brauchen halt schon ein paar... Wir brauchen da schon noch ein bisschen Action. Also wir können jetzt nicht alle verkaufen, aber wir müssen unseren Kader doch schon mal ein bisschen dezimieren und vielleicht einfach mal ein paar neue Gesichter holen. Das machen wir aber dann in Bälde. Wir gucken jetzt mal. Vorne tun wir auf jeden Fall heute mal Roberto Firmino rein. Dann brauchen... Wir brauchen dringend für den linken Flügel einen Ersatz. Das ist echt übel. Dann würde ich mal sagen, wir bringen mal Milner für Milnaldum und vielleicht auch Chamberlain für Keita, weil die ziemlich gerippt sind. Lassen Moreno auf links spielen. Wie sieht's mit dem rechts? Ja, Alexander Arnold ist auch ziemlich damaged. Da lassen wir einfach klein ran. Und ansonsten würde ich sagen, kriegt Martip eine Pause und wir lassen Gomez ran. Nehmen Martip aber trotzdem mal mit. Und ich würde auch gerne unseren... Hier, Adekhandi würde ich gerne mal mitnehmen. Einfach mal so. Und dafür lassen wir zu Hause Vinaldum. Ne, Vinaldum ist gut drauf. Den müssen wir mitnehmen. Der kann vielleicht das Backup nochmal ziehen. Hier, machen wir das so. Keita lassen wir zu Hause. Ich will nicht gerade, ob wir... Ob wir Salah vielleicht einfach als... Als Backup mitnehmen. Komm, wir machen das mal. Wir lassen Adekhandi mal draußen. Ach, wir tun Adekhandi mal rein. Und lassen einfach mal Salah als Backup weg. Guck mal, die Maus aus dem Bild machen. Ja, wir spielen jetzt wie gesagt gegen Newcastle. Bam. Mal gucken. Schön. Warte mal. Oh, den da oben noch treffen. Leck mich. Oh. Fast, fast, fast. Fast. Ja, war gut. Hey, das kann doch jetzt nicht sein. Letzter Versuch. Ja, na also. Schön. Sehr gut. So. Also, Anfield Road. Wir spielen gegen... Natürlich. Newcastle United. Newcastle... Newcastle United and Liverpool. Juhu. Ich bin sehr gespannt. Nummer 2. Nathaniel Fong. Nummer 12. Wir müssen... Also, im Idealfall gewinnen wir dieses Spiel jetzt. Das wäre wirklich sehr... Also, es wäre wirklich sehr wichtig, wenn wir das Ding jetzt gewinnen. Ganz ähnlich. So. Freunde. Wir machen das mal hier drüber. Lassen einfach mal... Wir lassen einfach mal alles, wie es ist. Ich muss erst mal ein bisschen reinkommen. Wir müssen erst mal ein bisschen gucken. Newcastle ist halt auch nicht so einfach zu bespielen. Schön gespielt. Oh, gute Idee gewesen. Auf Adekandji. Aber leider nicht durchgekommen. Und das ist über den Trainer von Newcastle. Ehemaliger Liverpool-Trainer tatsächlich. Wie heißt der nochmal? Fuck, ich komme gerade nicht auf den Namen. Chamberlain. Milner. Ah, schade. Ah. Blöd. Die Ballern haben aber nicht gut. Schön. Sicher. Benitez. Rafa Benitez heißt der Trainer von Newcastle und war früher Liverpool-Trainer. So, pass auf. Moreno. Schöner Ball. Flakka kommt. Flakka ist gar nicht mal so schlecht. Der war viel zu kurz. Viel zu kurz. Roselu. Ach krass. Roselu. Der war doch mal bei Frankfurt. Und hat dann wirklich eine gute Zeit gehabt. Ich glaube, eine gute Saison gespielt. Ist dann sofort nach England gewechselt. Und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Roselu. Ach krass. Ich wusste gar nicht, dass der noch spielt. In Europa. Cool. So. Fabinho. Schön gemacht. Der kann die Klasse überlaufen. Und die Flakka ist super. Fabinho. 1 zu 0. Sauber. Schönes Ding. Wunderschönes Tor. Schöne Flakka. Die Wacke genau richtig getimt. Achte. Neunte Minute. 1 zu 0 für Liverpool. Na sauber. Es geht doch. Guck mal hier. Schön. Ah, das Tor war denkbar noch. Ins Tor war denkbar noch. Ich hab gerade übersteuert. Muss ich das nochmal? Ich hab jetzt ein neues Mikrofon. Vielleicht muss das der FIFA doch nochmal ein bisschen leiser drehen. Dass ich hier nicht zu sehr übersteuere. Aber trotzdem. Das war die Überschwinglichkeit. Das war die unendliche Freude. Sehr schön. Sehr schön. Und sehr wichtig vor allem. Sehr, sehr wichtig. Vorsicht. Vorsicht, Roselou. Wie gesagt, wir dürfen natürlich... Ah, schön verteidigt von klein. Wunderbar. Und Adekandi. Ich mein fairer Einsatz. Klar, Ball gespielt. Aber trotzdem war der nicht ohne. Aha, Vorsicht, die Arme. Die Arme, die Arme. Shelby. Schau. Früher ehemaliger Liverpool-Spieler. Vorsicht, Roselou. Aber... Das Bällchen. Ganz ehrlich, das holen wir so runter. Wie gesagt, der war ja hier... Ah, Mann, Van Dijk. War noch nicht gut verteidigt. Schön. Gut dazwischengegangen. Ähm. John G. Shelby war ja mal tatsächlich ein Leverpunkt-Spieler. Wird von vielen in England ja als Voldemort bezeichnet. Ich hab da schon sehr lustige Videos zu irgendwelchen Fan-Chants gesehen. Sehr lustig auf jeden Fall. Die englischen Fans sind sowieso sehr, sehr lustig. Teilweise ein bisschen rassistisch. Also ein bisschen sehr rassistisch sogar. Oh, böser Ballverlust davon. Chamberlain, das darf er nicht machen. Der tut weh. Hoher Ball, den müssten wir eigentlich haben mit Van Dijk. So sieht's aus. Oh, Manni. Jetzt haben wir wieder das Problem. Wir werden jetzt wieder hinten reingekesselt. Wir kriegen jetzt wieder keinen Zugriff, kein Spielaufbau. Und jetzt gibt's einen Eckball für Newcastle. Da müssen wir halt echt ein bisschen dran arbeiten. Diese Ballverluste und dann eben... Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. So, Eckball für Newcastle. Milner ist da. Wunderbar. Schön geklärt. Ah, der kann die. Schönes Bällchen. Mané. Ne. Oh, was? Ja, Mann. Oh, jetzt geht Mané. Konter. Läuft immer noch. Mané. Oh, was? Alter. Krasse Parade. What the fuck? Was für eine Parade. Ich lese gerade übrigens die Meldung bei Sky Sport. Ist gerade reingeflattert. Übrigens keine Werbung. Nichts von dort oder irgendwas. Kam gerade reingeflattert. Mané hat gerade Liverpool verlängert. Kann er sich leider auch nicht so wirklich durchsetzen. Schade. Ayose. Ayose. Vorsicht, Jettlin. Der ist schnell. Der ist richtig schnell. Flack ist gut. Hose Lu. Heilige Maria. Mal ein bisschen aufpassen. Hä? 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 Wieso haben wir den Ball gerade? Hä? Lul. Vorsicht. Die eine. Kennedy. Hose Lu. Nein. Und der nächste Ball hinten raus von Van Dijk. Und wieder ist es ein Fehlpass. Also das ist... nicht gut. Das nicht schön. Das nicht schön. Also bald, weil ich vor das Tor kommen, wird es gefährlich. Und das ist wichtig. Fabinho. Schönes Bällchen. Schön gespielt. Und dann ist die Ballernahme scheiße. Und dann ist es ein Schuss, weil ich Zweikampf gedrückt habe. Toll. Blüt. Wie soll ich? Ich wollte nicht Zweikampf drücken. Jetzt habe ich Schuss gedrückt. Na egal. Besser als ein Konter. So, Vorsicht. Ball kommt. Augen auf. Ich komme. Richie. I'm rich, bitch. Mane. Oh, der ist schnell. Der ist schnell, der Junge. Mane. Mane! 2-0. Sadio. Mane. Da ist, da ist. Super die Schnelligkeit ausgespielt. Super gekontert. Zwei Stationen oder drei waren es, glaube ich. Und dann vorne hat er den reingemacht. Und einfach mal einen Abwehrspieler stehen lassen. Das war in der letzten Zeit auch nicht so wirklich der Fall. Aber das war wirklich ein schönes Tor. Einfach mal badabim, badabum, in den Willi rein. Schön. 2-0, Sadio Mane. Viertes Saisontor. Ist das vierte Tor? Globst du nicht, wa? Globst du nicht. Viertes Saisontor. Savio Mane. Roselu, Vorsicht. Langer Ball. Aber wir haben da Moreno und der ist schnell. Schön. Oh, schön durchgesetzt. Ah. Idee an sich nicht schlecht. Chamberlain hat noch nie mitgemacht, leider. Vorsicht. John Schalvi. Roselu. Und Endstation. Alison. Und Klein. Oh, ja, 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 die kann sie. Schön. Oh, schönes Ding. Ah, hey. Schön. Männer. Firminio. Schön gemacht. Und Arikandi. 3-0. Ja, Mann. Da belohnt er sich für seine tollen Leistungen in den letzten Wochen. Hier, Klassiker macht von Firminio. War vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der hier war nice. Und die Flanke ist Hammer. Und der Kopfball von Arikandi. Und wieder ist es dieses Torwart-Eck. Das kriegt er da irgendwie nicht safe, ne? Und Arikandi macht sein erstes Saisontor und belohnt sich aber mal sowas von. Für die guten Leistungen in der letzten Woche. Oder in den letzten Wochen, besser gesagt. Der macht ja eine ganze Zeit schon gute Leistungen. Schönes Ding. Ah, der sollte eigentlich weiter nach oben gehen. Weil man neder gestartet ist. Aber irgendwie auch doch nicht. Keine Ahnung. Mysteriös. Schön. Das ist ein super Spiel, was wir hier gerade abliefern. Oh, Mann, nee. Da ist er doch mit. So schön ist er dann auch wieder nicht. Physikalisch not possible. Stark gemacht von... Stark gemacht. Stark gemacht von... Chamberlain. Fabinho. Schön. Gut geklärt. Boah. Boah. Ich bin nur übersteuert. Entschuldigung, aber was für ein Schüsschen war das denn? Alter. Klasse gemacht. Flakke kommt. Money. Schade. Schade, schade, Schokolade. Schokolade. Oh, nein. Oh, Klein hat er gerade den Ball verdusselt. Schloss mit dem. Was macht der Typ? Akosi. Oh, was war das? Schön gespielt von Newcastle. Noch mal ein schöner Angriff. Gute Offensivaktion von Newcastle United. Und es gibt noch mal einen Eckball. Kurz vor der Halbzeit. Die eine sehr gute von uns war. Schön. Alles klar. Nice. Dass das bei FIFA immer noch möglich ist, finde ich echt lustig. So, 43. Es müsste eigentlich jetzt Schluss sein. So ist es. Halbzeit. 13 Uhr Führung. Zu Hause im eigenen Wohnzimmer. Ganz ehrlich. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wirklich jetzt. Also, das war wirklich... Ich muss sagen, das war wirklich ein gutes Spiel. Bis hierhin. 3-0 Führung. Das heißt, wir können erstmal noch so stehen bleiben. Ja. Vielleicht mal... Ja, wir bleiben erstmal noch so stehen. Wir gucken uns jetzt erstmal noch ein bisschen an. Und lassen die noch ein bisschen zocken. Und dann gucken wir, dass wir vielleicht in der 60. 70. So ein bisschen auswechseln. Dass uns die alten... Dass uns die Stars natürlich nicht einrosten. Das wollen wir ja nicht. Aber dann können die sich ein bisschen ausruhen mal. Denn wir werden noch einige... Boah. Schönes Ding, aber nicht gut. Na, am Ende dann nicht gut. Wenn er den Ball dann doch verliert, ist das halt scheiße. Auch wenn es gut aussah. Boah, Sehlo. Noch mal probieren. Ne, kommen wir nicht hin. Schade. Hose-Loo. Becker ist da. Klasse. Chamberlain. Schönes Bällchen. Auf. Ah, der kann die. Ah. Ein bisschen mehr Saft in den Pass bringen, dann wird das gegangen. Aber so eher nicht. Vorsicht, Richie. Hohes Bällchen. Auf. Hose-Loo. Der kommt auch noch an. Frech. Freches Bällchen. Hä? Fabinho, was machst du? Stark machen von Nike. Hä? Hä? Warum? Okay, Newcastle geht jetzt richtig all in. Die machen richtig offensive gerade. Stark war klein. So, jetzt mal gucken. Okay, die decken uns Firminio halt in der Mitte da komplett zu. Oder auch nicht. Oh, hier hat man was schneller. Aber hä, der ist komplett ohne Ausdauer gewesen gerade. What the fuck? Der ist komplett ohne Ausdauer gewesen und hat jetzt einfach mal Mané gerade abgerannt, der halt komplette Ausdauer hatte. Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal ist das irgendwie ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. So, Richie ist viel zu frei da unten. Oh, Alisson. Also, wir haben auch schon ein bisschen Glück gerade, ne? Muss man ganz klar sagen. Milner und Firminio. Ah, schade. Kann man ja probieren, ne? So, Moreno. Gegen Richie. Ne. Oh, Van Dijk. Alter, also Van Dijk ist ja echt ein super Abwehrspieler und so, ne? Aber so Schusstechnik und allgemein Balltechnik ist jetzt nicht so seine Stärke, glaube ich, ne? Und klein. Firminio. Oh, was ist denn hier los? Alter. Hier ist einfach mal jeder Kopfball von Firminio oder allgemein jeder Kopfball ein Treffer. Das ist doch Wahnsinn. Was ist denn hier los? Wieso hat das die letzten Spiele nicht so funktioniert? Guck mal, wie er sich da durchsetzt. Das gibt's doch gar nicht. Krasser Scheiß. Und wir haben nicht mal, ja? Wir haben nicht mal Salah spielen. Unseren Top-Tor-Schützen, den Premier League-Top-Tor-Schützen. 15 Tore. Der spielt noch nicht mal. Ja, Foul. Foulspiel geht in Ordnung. Bein stehen gelassen von Moreno. Gelbe Karte, weiß ich jetzt nicht. Ob man da jetzt unbedingt gelb geben muss, weiß ich jetzt nicht. So, komm, wir holen mal Vinaldom rein. Also gelbe Karte ist mir jetzt ein bisschen zu viel gewesen, aber okay, gut, lassen wir das mal. Also, Chamberlain raus, Vinaldom rein. Das heißt, da noch ein bisschen mehr Sicherheit, noch ein bisschen mehr technische Finesse im Mittelfeld. Milner, und das ist einer für Adekhandi und der kriegt den. Oh ja, und wie er ihn kriegt. Schön gespielt. Vinaldom. Vinaldom! Loll. Einfach nur Loll. What the fuck? Gut, ist der starke Linke von... Ich glaube, Vinaldom ist Linksfuß, oder? Aber was ist hier los, Alter? Jeder Schuss ein Treffer, was ist das? 5-0 gegen Newcastle. Ja, ne? Nix auf wie passt, die sind jetzt komplett down. Die sind jetzt komplett tot, einfach. Die reagieren gar nicht mehr. Die agieren nur noch, die reagieren gar nicht mehr. Vorsicht, Richie da unten, nicht jetzt die Gelbe Kassierin. Gelbe Rosa, das muss es sein. John DeShelvey mit der Hereingabe. Und da ist jetzt wieder Becker. Der war schlecht. Alisson, der lässt nichts durch heute. Oh, das ist wieder schlecht. Was mache ich denn da? Ich lade gerade den Gegner dazu, ein Tore zu schießen. Was ist los? So, Adekanji kriegt den verdienten Applaus hier. Applaus, Applaus. Für diese Worte. Mein Herz geht auf. Wenn du lachst. So, Adekanji. Klasse Spiel gemacht. Klasse Spiel gemacht. Ich möchte mal gerade ganz kurz gucken. Sieht man denn hier, wie viele Vorlagen der gemacht hat? Oder allgemein, wie gut oder schlecht der war? Kann man das hier irgendwo erörtern? Oder sieht man allgemein irgendwo, wer jetzt hier die Vorlagen gegeben hat oder sowas? Warte mal, Spielinfo. Spielereignisse, Adekanji, Tor. Aber man sieht leider nicht, wer die Vorlage gegeben hat, oder? Ne. Schade. Ach, dann war da Tore, Karten, Verletzungen, Wechsel, Tore. Aber hier steht auch nicht, wer die Vorlage gegeben hat. Okay, schade. Sieht man leider nicht. Ich dachte vielleicht, dass man das sieht. Das wäre ganz interessant gewesen. Aber ich dachte, Adekanji hat jetzt zwei Torvorlagen in diesem Spiel gegeben und hat sogar noch ein Tor selbst geschossen. Aber ich bin mir nicht sicher. So, Salah. Moment, Salah. Findet da jemanden? Ja, Vinaldo. Komm, wir gucken mal was. Oh, warte mal. Oh. Das wäre es jetzt natürlich gewesen, ey. Für Minio, weißt du, so einmal, oh, und drin ist das Ding. Oh, ja. Pérez, Pérez, Pérez. Und das ist ein richtig großer Bock von Alisson. Also, wir kennen ja die Regeln, ne? Wenn der Torwart rauskommt, muss er den Ball haben und das gilt halt leider Gottes auch in dem Fall. Und das muss man hier leider konsternieren. Das war nicht gut. Hier, schönes Pästchen. Perfekt gesehen, Pérez. Und dann, ja. Dann macht Alisson einfach nichts. Er guckt einfach zu hier. Wird sogar noch getunnelt. Ah ja, schön. Ja. Grüße gehen raus an Bäcker. Das war nicht gut. Schade. Ich hätte ihm die zu Null wirklich gewünscht. Aber okay. Ist auch klein. Und. Oh. Ob bisher zu verspielt war ich da? Ich will mal gucken, was damit... Oh. Gucken, was damit Salah geht. Vorsicht. Ist nicht schlecht, was die da spielen teilweise. Kann man eigentlich nicht meckern. Aber sie sind halt hinten echt katastrophal. Und wir hatten halt auch heute einen guten Tag. Das muss man echt sagen. Wir haben echt Niederschuss ein Tor. Das ist jetzt nicht die Regel eigentlich. Nur noch. Oh. Schade. Gomez. Moreno. Mane. Flanke kommt. Ich komm schon. Ah. Schade. Ja. Die werden die Krömmi sich dann durchsetzen. Nicht? Milner. Schöne Körpertauchung. Das ist ein Foulspiel. Was? 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 Ich bin ein bisschen erschrocken gerade. Ich bin WTF, Moreno und Beckel. Schönes Bällchen da oben auf Klein. Und Salah. Schön durchgesetzt. Schön gemacht von Mo Salah. Nochmal schön in die Mitte gezogen. Mo Salah. Oh. Was macht denn Milner da? Was macht denn Milner da? Herr Kleinwart. Na egal. Aber was macht denn Milner da? Steht er dem einfach im Weg dem Schuss? Das kann doch gar nicht. Mann ey. Milner ey. Was machst du da? Milner. Mit Ü. Milner. Mann, Mann, Mann. Steht er da einfach wie angeklebt. Mein Aldum. Schönes Bällchen auf Mann. Versucht der Koffer in die Mitte. Kommt nicht an. Kackschiri ey. Arschloch Schiri. Arschloch. Weil der pfeift da jetzt, weißt du? Gerade eben. Ach. Egal. Vorsicht. Jetzt nicht das 2-0 passieren. Oh, mal gucken wir, wer das Spiel des Tages ist. Firminio wahrscheinlich. Was? Was? Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Ja gut. Verstehe ich. Hätte ich jetzt auch, hätte ich jetzt absolut auch so gesehen. Also Nathaniel Klein wirklich heute mit seiner Leistung Wahnsinn. Hat nicht mal eine Torvorlage gegeben, glaube ich. Das war schon super. Schöpfe. Der referee has indicated, there is a minimum of 3 minutes of an Italian. Kommt leider nicht an. Und Gatlin, oh. Glätten da jetzt nicht ideal. Zumindest aus Newcastle Sicht. Los, Ding. Mann, nee. Hohes Bällchen. Warum nicht? Kann man so mal probieren. Hab ich gehört. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Zack, Kopfball gewonnen. Schön. Und Sala hat auch noch einen Kopfball gewonnen. Was ist denn jetzt los? Wie Weihnachten und Ostern hier gerade. Komm, Ball her. Aus. Schluss. Ende. 5 zu 1 gewonnen. Gegen Newcastle. Also da kann man echt nicht sagen. Das war ein super Spiel. Da kannst du wirklich nichts sagen. Schönes Ding. Und Firminio hat sich super geschlagen. Hat noch ein tolles Spiel gemacht. Wobei heute wirklich jeder, so bis auf Van Dijk, der halt wieder einige Fehlpässe da hinten rausgeschossen hat. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, das Spiel durchweg waren eigentlich alle gut. War jetzt keiner dabei, wo ich sage, oh na. War jetzt einfach keiner dabei, wo ich sage, das war jetzt nicht gut. Die waren wirklich alle durchweg extrem gut. Ja. Warte mal. So, mal gut. Ich glaube, der Pegel müsste jetzt wieder stimmen. Ich habe gerade den Pegel aus Versehen verstellt. Hier vom Scarlet, Mann. Das ist voll scheiße. Ich muss mich an dieses neue Setup erst gewinnen. Ich weiß auch nicht. Also, falls es irgendwie zu Tonschwierigkeiten kommt. Falls ich zu laut bin. Falls ich zu leise bin. Was auch immer. Ich bitte, das sehr zu entschuldigen. Ich muss mit den Einstellungen da erst noch gucken. Und das geht halt am besten, wenn man halt eben einfach aufnimmt. Und einfach spielt. Und einfach zockt. Und einfach probiert. Ja. Also, falls da noch irgendwie... Falls ich zu laut bin. Falls irgendwas ist. Sorry. Ja, das wird sich innerhalb der nächsten Folge auf jeden Fall legen. Ich muss da noch so ein bisschen rumprobieren. Ja. So. Ansonsten spielen wir in der nächsten Folge gegen den FC Arsenal. Ja. Das Rückmatch quasi hier in der Liga. Und naja. Mal gucken. Ne. Was das wird. Wir sind eigentlich schon gegen wen wir in der Champions League ran müssen. Hatten wir das schon mal geguckt? Ich weiß das gerade nämlich gar nicht. Gegen Atletico Madrid. Ach, du heiliger Bim Bam. Ja, das ist ja lustig. Ja, also gegen Atletico. Das ist ja mal ein Hammer los. Leckt mich am Zickerli. Ja gut, okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie hin. Freunde. Ich würde sagen, wenn ihr möchtet, sind wir beim nächsten Mal wieder am Start. Und wir hören und sehen uns. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.